Ich zeige euch heute ein paar kleine Grill-Tipps, damit euer Grillen Spaß macht und ihr viel Erfolg damit habt. Was viele Leute falsch machen, die Grillkohle sollte nur am Rand liegen, in der Mitte nicht, damit wenn Fett reintropft, es zu keinem Feuer kommt. So, wir legen mal schön auf, indirekt, schöne Galloway-Rinderbratwürste und lassen die in einem Kugelgrill ganz gemütlich garen. Wie gesagt, ohne direkte Hitze. Wir schließen jetzt, damit durch Umluft die Würste schön durchgaren können. So, ihr Lieben, jetzt sind wir beim indirekten Grillen. Vielleicht kennt ihr das schon, eine Lokomotive. Smoker nennt man dieses Gerät. Die Spitzenklasse des Grillens. Auf einer Seite der Feuerraum mit Glut. Und im Grillraum kommt nur die warme Luft durch. Indirektes Grillen mit ganz wenig Temperatur über Stunden. Man bekommt exzellente, leckere Grillergebnisse. Diese Sperrribs sind schon seit am 12 Uhr heute Mittag drauf, also ungefähr vier Stunden. Und säen also dementsprechend saftig und lecker aus. Der Vorteil beim Smoken, wie gesagt, ist das indirekte Grillen. Und der Geruch, Geschmack kommt vom Holz, das man verwendet. Man kann sich daraus ein wunderschönes Hobby machen. Auch, wie ich heute schon gehört habe, für Frauen geeignet. Nicht nur Männer können grillen, auch Frauen. Das Smoken ist auch ein Niedertemperaturgarverfahren. Das heißt, also lang grillen mit wenig Temperatur. Super Ergebnis. Ganz wichtig, allgemein als Tipp für euch. Alles, was ihr grillt, macht es langsam. Ob Grillkohle, Gas grillen, alle Temperaturen langsam kommen lassen. Fleisch langsam braten. Nicht große Hitze, wenig Hitze, Fleisch drauf. Lange drauf lassen, umso besser euer Ergebnis. Hier seht ihr eine Hintersteckhüfte vom Gitterweh. Am Stück gesmogt. Auch dieses Stück Fleisch ist ungefähr schon drei Stunden auf dem Grill. Wir versuchen, eine Kerntemperatur zu erreichen von 56 Grad. Im Moment sind wir bei 47. Das heißt, es dauert circa noch eine Stunde, bis dieses Stück Fleisch verzehrt werden kann. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch noch etwas über die Qualität zum Rindfleisch erzählen. Gutes Rindfleisch erkennt ihr an der Farbe. Ist es hell, heißt es, es ist frisch geschlachtet und noch zäh. Ihr könnt es nicht grillen, es schmeckt wie eine Schuhsuchle und bekommt kein gutes Ergebnis. Gutes Rindfleisch erkennt man an der Farbe, wenn es dunkel ist. Je dunkler, umso besser. In unserem Fall hier haben wir das Gitterweh-Rind vor vier Wochen geschlachtet und es mit einem speziellen Verfahren reifen lassen. Es wurde trocken gereift. In den Fachkreisen sagt man dazu, dry-edge gereift. Wir haben hier einen Porter-Haussteak, eine Seite Rostbeef, die andere Seite Filet-Anteil. In der Mitte der Knochen ungefähr 1200 Gramm. Ein richtiges Steak für Männer. Und auf der anderen Seite eine Filetspitze. Also das Endstück von dem Porter-Haussteak. Hieran gedacht ist dieses Teil. Dies werden wir jetzt vor Grillen scharf anbraten auf einem Gasgrill und danach in einem Smoker, den ihr schon vorher gesehen habt, ruhen lassen. Wichtig beim scharf anbraten ist, dass ihr genügend Hitze habt. Besonders bei Rindfleisch. Nicht mit Schweinefleisch verwechseln, aber Rindfleisch braucht zum Anbraten extreme Hitze. Heizt eure Grills richtig ein, dann wird das was. Wir haben hier in diesem Gasgrill eine Gussplatte, die die Hitze schön speichert. Ergibt nachher ein wunderschönes Muster auf dem Grillfleisch. Wir lassen das jetzt ungefähr pro Seite 3 Minuten anbraten. Und dann verfrachten wir es zum Ruhen in den Smoker. Alle kurz gebratenen Rindfleischstücke erst nach dem Grillen würzen. Am besten mit frischem Meersalz aus der Mühle oder frischen und frischen Pfeffer, auch aus der Mühle. Hat diesen Grund, wenn Pfeffer frisch gemahlen ist, setzen sich ätrische Öle frei. Es schmeckt viel, viel besser wie schon vor gemahlener Pfeffer, der seinen ganzen Geschmack verloren hat. Also immer frisch gemahlenen Pfeffer verwenden und frisches Meersalz. Dann habe ich für euch noch einen Tipp, ihr Lieben. Oft wird ja gesagt, die Poren schließen sich bei Rindfleisch. Dies ist ein Ammenmärschen. Scharf anbraten, braten heißt eigentlich, die Röstaromen im Fleisch freisetzen. Eine schnelle Oxidation findet statt. Und das gibt Geschmacksstoffe. Und das ist das scharfe Anbraten bei Rindfleisch. Also nicht die Poren schließen sich, sondern nur, um Geschmacksstoffe zu erzeugen. Aus diesem Grund scharfes Anbraten. So, wir haben hier ein Hüftsteg, was ca. 4 Stunden in diesem Smoker gegrillt wurde. Und das werde ich jetzt für unsere Gäste aufteilen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgooker-tv.de 1. In deinem Gäste. Die Gef inclinationen 5 km丁 4. 7.